24Tim überrascht seine Fans erneut mit einer radikalen Typveränderung. Nach dem Abschied von seiner langen Mähne präsentiert der Influencer jetzt einen Buzzcut. Doch damit nicht genug. In einem Video auf Instagram lässt sich Tim einen Cut in die Augenbraue rasieren. Seine kurzgeschorenen Haare erstrahlen außerdem in Platinblond statt wie zuvor in Braun. Die Veränderung sorgt für Begeisterung in seiner Community. Du siehst einfach immer sexy aus. Und der Eyebrow-Cut ist einfach mal der Hammer. Steht dir, kommentiert ein Follower. Ein weiterer Fan schreibt, der Augenbrauen-Cut sieht schon mal sehr nice aus. Steht dir sehr gut. In seiner Story zeigt Tim das endgültige Ergebnis und präsentiert stolz seine platinblonde Frisur. Die Typveränderung ist nicht die einzige Neuerung im Leben des 24-Jährigen. Vor wenigen Wochen erfüllte sich Tim einen Herzenswunsch und ließ seine Brustdrüsen verkleinern. Die vergrößerten Drüsen ließen seinen Oberkörper zuvor feminin erscheinen. Auf Instagram teilte der Social-Media-Star die ersten Ergebnisse nach der Operation. Die Brustpartie ist zwar noch bis zu 60% angeschwollen, jedoch ist schon zu erkennen, wie maskulin meine Brust auch geformt wurde, schreibt er stolz. Die Fans zeigen sich begeistert von Tims neuem Erscheinungsbild und unterstützen ihn auf seinem Weg. Mit seinem neuen Look unterstreicht der Webstar sein Bad-Boy-Image. Es bleibt spannend zu sehen, welche Überraschungen Tim in Zukunft für seine Follower bereithält.